Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von CubeWorld. Ja, wie man hier sieht, hat der liebe Sascha neue Freunde gefunden. Aber komischerweise gucken die mich alle so komisch an. Ja, schwarzes Haar Afro-Amerikaner, ne? Ja, das hatten wir gerade eben schon. Ja, also, was willst du mit denen anstellen? Also, was werde ich mit denen anstellen wollen? Was willst du mit denen anstellen? Da kann man gar nichts machen, die sind Petter. Also, der eine hat zu mir gesagt, das Wetter ist sehr schön. Ja, es wird dunkel. Wenn es dunkel wird, wissen wir mittlerweile schon, dass wir am besten eine Stadt aufsuchen, oder? Ja. Aber das Problem haben wir ja ungefähr die letzten drei Folgen. Ah, zuallererst erstmal Talentbaum. Ach, genau, weil wir haben ja in der letzten Folge ein paar Label gespielt, beziehungsweise habe ich noch gar keins vergeben. Einen habe ich schon vergeben. Kick, den nehme ich auf jeden Fall. Swimming, Climbing, was ist das? Enable Moe-Effekt. Okay. Pep Master bringt überhaupt nichts. Climbing ist praktisch, wenn du kletterst. Schneller wirst. Und you consume 16,6%. Und Swimming, Swimming wäre sicher interessant, aber jetzt noch nicht. Dann mache ich nochmal... Jetzt kommen wieder die Afro-Amerikaner hinter uns hier. Ja, ich skill nochmal Smash. Einfach, weil ich es kann... Ah, ich kann... Was? Wie oft kann ich denn da skillen? Unendlich im Prinzip. Das erhöht sich immer wieder. Aber jetzt habe ich viermal Smash. Ist ja geil. Burn. Perfekt. So, ich habe viermal den Kick gemacht. Wie kann ich den jetzt anwenden? Müsst du normalerweise in der Skill in deiner Leiste sein. Äh... Nö. Ach, ich habe es noch gar nicht gelernt. Jetzt. Okay. Aber das ist ja doof. Na, Kampf. Soll ich ihn das einsetzen? Ja, Na, Kampf ist schon gut, aber... Wie soll ich ihn das einsetzen, wenn das auf Taste 1 ist, wenn ich die Maus nutze? Na, egal. Da ist ein Bunny! Hey! Ey! Äh! Was? Da war doch nix. Ich wünschte, es gäbe den PvP-Bomus. Nein, Spar, ich wollte sie auch selber angreifen. Aha! Aber... Aber ich möchte jetzt endlich mal den Kick ausprobieren. Hoia! Ach, du machst dich wirklich schon. Da hast du eine Kuh, da kannst du es ausprobieren. Oh, die blöde Kuh. Die Milka-Kuh. Oh, die ist orange. Also wurscht. Na, egal. Bang! Ach, das ist zum Ausknocken, okay. Ja. Richtig. Okay, die andere Kuh macht mich gerade platt. Aber egal. Die Kühe haben es drauf. Da, die ist tot. Ach, die hast du getötet. Ich wollte ja bloß helfen. Rett dich nur raus. Ich komme da nicht hoch. Ja, ich komme an so manchen Dingen auch nicht mehr hoch. Ich kriege auch so manche Dinge nicht hoch. Dann ist das... Das weiß ich schon. Obwohl, eigentlich schon. Jetzt tu nicht so, weil sonst meinen die Leute noch was. Was meinen denn die Leute? Dass wir nicht die Klippen hochkommen. Ja, okay. Ja, genau. Das stimmt. So, jetzt wird es schon langsam dunkel. Wir gehen direkt Richtung... Ah, da ist schon mal ein Zeltplatz. Kann ich mir ein Leben wieder auffüllen? Ach, ja doch. Kann ich. Hey, da hinten ist irgend so ein besonderer Bau. Ja, aber wir gehen zuerst in die Stadt. Wir können eigentlich jetzt direkt wieder zurückrennen zu der anderen Stadt. Also zu der alten. Da, äh, so weit ist die. Moment, ich mache hier noch schnell was zum Essen. Okay. Ha, da ist ein Zeltlager. Warum habe ich gerade was geschaffen? Uh, es liegt ein wenig, aber jetzt geht's wieder. Ja, ich schickte auch ein Kli. Das Bidit. 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 Totleben. 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 Okay, dann... Ja, klar, dass ich wieder die SpongeBob-Zitate heraus... SpongeBob ist sehr informativ. ja sehr informativ ganz schön weiter weg mein freund ja aber immer noch besser als wenn wir jetzt irgendwo rum wo wir nicht hin finden das problem bei den ganzen ach so ich kann nicht klettern wo bist du jetzt hast du die laupte an jetzt sehe ich ich sehe nicht aber da ist er und wenn sie wieder weg hier drin was noch begegnen angeblich soll es ja noch was schlimmeres geben als uga ist das meint ich damit jetzt gehen wir jetzt gehen wir nicht in die alte wir müssen endlich mal mehr auf die karte ja wir wollen aber schon weiter von nein wir können ja direkt richtung hat das können wir machen vollgas die vollbrause unterwegs niemand kann uns das wasser gereichen alte wie viele freakscheu immer über sie das ist ja wahnsinn er könnte sich so gut ausrüsten ich hab gerade eine barzooka gefunden was ne schwarz und Ui Wunsch ins Wasser raus ins Wasser raus raus Aua! Was Was hat mich da geschmeckt? Ah schon wieder so ne Zwiebel Geht zu McDonalds Zwiebelringe Ich hab ein Eisenschild bekommen Aber ich benutze keine Schilder. Ich bin cool. Ich lese das ehrlich gesagt nie, was ich bekomme. Tja, solltest du vielleicht mal anfangen. Nö. Okay, doch nicht. Ich kann nicht lösen. Woll ich für dich vorlesen? Nein. Keine gute Genauchgeschichte jetzt. Alter, war ein Maschum. Oh oh. Juhu. Hey, da hinten brennt Licht. Und da feiten zwei Viecher. Nicht mehr. Ach, das ist ein friendly Typ. Friendly Fire. Oh, fliege. Fliege, fliege, fliege. Fliege. Oh, ich hab kein Leben mehr. Wie weit bist denn du hinten? Ja, hol die nächste. Oh Gott. Die nächste? Welche nächste? Jetzt hast du vier an der Backe. Juhu, ich stink. Hey, hilf mir. Genau, hilf mir. Danke. Danke. Der Frogman macht die Plot. Naja, ich glaub der Frogman stirbt jetzt am Lauf. Das war ein Lieser-Mann, kein Frogman, oder? So, genau so soll es sein. Ja, jetzt musst du ja auch erst einmal ein bisschen Dupe trinken. Geh mal rechts lang. Also rechts runter. Hä? Was soll ich? Rechts runter gehen. Rechts runter. Oh, jetzt hab ich zwei rote Bestien. Danke, Chris. Drei, vier, fünf. Danke, Chris. Immer wieder gern. Ich weiß schon, wer den nächsten Uwe abbekommt. Da ist ein friendly Typ, hast du gesagt. Mal schauen, ob da wirklich einer ist. Oh Gott, diesen böse Undead Plus 3. Hä? Was soll das heißen, Plus 3? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bin auf jeden Fall relativ stark. Ja. Wo bist du? Ich hab ein paar Freunde, die wollen dich kennenlernen. Ja, du rennst direkt hinter mir. Ja, das ist ja auch mein Ziel. Und da ist ein Skelett, das hab ich auch mal im Zwischenduch mitgebracht. Hey, wartet doch. Oh nein. Du wirst es doch auch. Niemals. Ich hab mal ein Text mitten in Untoten gehabt. What the fuck? Du bist bei Cloud oder was du gerade erwähnt hast? Du Leichenschänder. Nee, du hast gesagt mit Untote. Untote sind nicht tot, also keine Leichen. Oh mein Gott, ein roter Busch. Nicht wirklich. Der war weiß. Ja, Chris, es wäre schon schlimm, wenn so rote Büsche überall wären. Ja. Ganz schlimm. Oh, schon wieder ein Busch. Der übersieht alles. Ich will einfach bloß in die Stadt, deswegen. Ich hab Angst im Dunkeln. Dann mach mal die Lampe. Nein, ich hab Angst verlegt. Warum nicht? Schon wieder was. Oh, geil. Ein Alpaka. Hier ist noch so ein Opfer, Alter. Super geil. Hey. Ist das eine Hütte? Was ist denn das hier? Sie hörten sich ja so komisch an. Da ist ein Berries-Battle. Wow. Wow, scheiße. Da geht's voll ab. Yeah. Und ich wieder der Mutigste von allen. Leicht einfach davon. Hi. Have you found left hours you should visit with a damp fire? Hörst du die Hintergrundmusik? Warte mal, ich muss mal kurz lauter drin. So komische Schleifgeräusche ist das. Das sind... Ähm, Heuschrecken. Nee, ach, das doch nicht. Mensch. Ja, da kommt er wieder. Den letzten Schlag, ne? Du hast... Ähm, Handschuhe. Ja, aber letztlich werde ich wahrscheinlich auch dafür, dass ich das Level nicht kaum... Da gucken wir dann in der Stadt einfach. Oder ich. Wir sehen mich immer mit seiner Waffe nach vorne schütteln. Ja, und wie wir schön von der Stadt vorbeirennen. Hä? Nee. Schau, da ist sie. Die ist aber klein geworden. Klein oder groß? Klein. Ach, da hinten brennt noch mehr Licht. Nee, gar nicht. Licht, Licht, Licht. Na, da werden bis jetzt hier Feuerwehrfuckern scheitaufen. Ja. Also im Dunkeln sind die Lagerstellen viel einfacher zu sehen. Woran mag das wohl liegen? Ich weiß nicht, erklär es mir. Hm. Also ich stelle euch jetzt mal die Frage. Woran liegt es, dass Chris diese Feuerstellen früher sieht? Geh einfach den Weg einloggen, dann können wir nicht so verkehrt dran sein. Hui. Also der Kick ist so cool. Ähm. Ah, ich dachte wir sind jetzt hier bei so einem Altar. Beim Altar? Ja. Ey, Altar. Wie sieht das hier ein bisschen... dummisch aus? Ich glaube wir gehen komplett falsch, oder? Nein, nein, wir sind richtig. Also du bist jetzt richtig. Und du bist falsch, ey. Ich wollte bloß gucken, ob da oben irgendwas ist. Oh, schon wieder hingefallen. Wenn wir mal in die Stadt, na endlich. Ah, wir sind da. Yippie. Feuer, Feuer. Teradaro City, Pet District. Hey, was war das? Ich brauche gerade irgendwas. Ach, ne Bank. Los, trüge dich mit der Bank. Nee, ich brauche Geld von der Bank. Ey. Ich möchte da rein. Jetzt auch nicht. Was ist das für einer? Was will der von mir? Ich weiß nicht, ich liegt gerade da. Have you already explored Kildan Mountains? Und jetzt gucke ich mal auf die Map und jetzt ist da hinten wieder was Neues. Da, wo wir vorhin waren. Jep. Richtig. Ja, die Person gibt ja halt Quests, ne? Aber nur die, die wo so eine komische Sprechblase drüber haben. Mhm. Wo ist jetzt der Typ, wo man erst wieder hell machen kann? Moment, ich lade erst mal meine Leben wieder auf. Jo. So. Weiter geht's. Möchte mich. Ich möchte mich nicht hin. Ja, diese Tür nimmer. Ich nehm die Fenster. Ja, die dreckige, kleine Goblin. Wieso nicht? Und ich brauche nicht hin. Irgendwas drin? Wahrscheinlich nicht. Ja, ich... Nein. Ich öffne die Türe und dann geht sie wieder. Ja, das ist... Ich glaube, das liegt aber daran, dass wir einfach die Türen nicht schließen. Da sind lauter Fenster offen. Wo ist das Inn? Also praktisch das Hotel. Hm. Da waren wir, da ist der Marktplatz, ja? Ja, ich weiß, wo es ist. Dann mach mal Tag. Also, ich denke mal, dass ich weiß, wo es ist. Da sind so Schilder dran, da steht Inn drauf. Richtig. Ja, und es ist heute. Wenn es nur so einfach wäre, dann würde ich euch jeden Tag nur Nacht lassen. Ja. Nur die Nacht. Nie wieder arbeiten. Nein, Mann. Wo ist nichts? So, jetzt können wir uns mal ein bisschen was kaufen. Können wir noch die Folge machen? Ja. Kuck, egal jetzt. Wo ist der Waffenhändler? Zum Waffenhändler möchte ich ehrlich gesagt auch nicht. Wir werden jetzt einmal Flaschen für Gesundheit dringend oder so wichtiger. Ja, okay. Das, ja. Ja. Kann man sich drum streiten. Ja, ein bisschen. Was ist das jetzt für ein... Ich finde das interessant, dass wirklich in jedem Zeug es gar nichts ist, was man brauchen kann. Okay, das ist wieder die Form. Okay, das ist wieder die Form. Gut. Ja. Ist auch Helme? Hm. Hey, das kann doch nicht sein. Ja. Verkaufst du mir was? Nein. Luli ist immerhin ein Elf und die verkaufen nichts. Diese Elfen immer. Also ich habe mir jetzt eine Brustrüstung und Schuhe gekauft. Die sind sehr billig. Was? Ich habe mir jetzt Brustrüstung und Schuhe gekauft. Die sind sehr billig. Ja, ich möchte ehrlich gesagt nur endlich mal irgendeinen allgemeinen Händler treffen. Nicht unbedingt einen Waffenhändler. Aber ich finde keinen. Das ist eine Waffenschmiede? Nein, das ist ein Friseur. Ein Friseur, oder? Ach, du bist das schon... Ach, du bist das wie der Luli. Aha. Ja, ich habe eine Wasserflasche. Die bringt mir aber überhaupt nichts. Das jetzt so? Hä? Was ist das jetzt so für ein Händler? Ich weiß nicht. Also mit der Stadt müssten wir uns noch ein bisschen auseinandersetzen. Also am Waffenhändler habe ich jetzt gesehen. Das ist der Elf, oder? Ja, dieser komische Elf halt. Der schwarze Neger. Elf. Wo? Ja, hier, wo ich stehe halt. Ach, da wo du bist, okay. Nichts drin. Da kann ich zumindest den ganzen Müll mal verkaufen, den ich eh nie hernehmen werde. Ah ja, okay. Schwer zum Wohl. Schwachsinn, das ist kein Elf. Das ist ein Human. Human. Ein Human. Der Human. Ich habe aber auch nichts zum Verkaufen. Das ist der Wahnsinn. Pet Food. Vanille Cupcake. Für welches Tier ist das? Muss ich mal dann Kuh gehen nach der Session? Okay, aber die Waffen sind jetzt auch nicht so berorschend. Oh. Oder verkaufte allgemein Zeugs? Mal runterscrollen. Ja, das ist alles Waffen, mal. Ich kann mich halt. Kann ich alles nicht brauchen. Ich schmucke. Ich will doch nur Wasser flaschen. Ich bin ein Org. Ich kämpfe mit meinen Fäusten, aber ich habe keine Wasserflaschen. Okay, umso weiter man nach unten geht, umso höher wird der Levelbereich. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Da ist ein Waffenhändler. Was ist das da? Oh, es legt gerade alles. Was ist los? Wird doch der Server nicht abstürzen. Ah, okay. Legt das bei dir auch so? Weiß ich jetzt gerade nicht. Moment, ich kann mal nachgucken. Wahrscheinlich legt es wegen dir. Nö, bei mir geht es. Äh, ja, jetzt geht es wieder. Nein, doch nicht. Was geht denn hier ab? Ach, jetzt. Nur technische Probleme heute. Ach, die tut für mich identifizieren, was das für Müll ist. Aber das interessiert mich nicht. Ich will doch nur Wasserflaschen. Hier gibt es keine Wasserflaschen. Vielleicht muss man die selber herstellen. Ja, Glas findet man nicht so auf der Straße. Ich habe immer gedacht, das wären Lagen gewesen. Weil hier gibt es auch nur so sinnlose Läden. Vielleicht sind die auch irgendwann für was. Für diesen Kamm, oder? Ja. Jetzt legt es schon wieder. Ja. Äh. Ja, ich glaube, wir beenden die Folge. Ah! Hallo! D-d-d-dubs, die Intro. Äh. Jetzt komm. Ja. Ich mach nicht mehr. Ich leg mir nur noch schlafen. Mach das. Oh Mann, ey. So. Okay, ich bin jetzt da draußen auf dem Markt. Ah, jetzt legt es wieder. Ich drehe durch hier. Komm raus zu mir. Ich suche dich. Komm, schätze, ich mach dich. Wenn ich, wenn ich das leg... Wo bin ich jetzt gelanget? Bin ich jetzt im Keller? Nein. Ich komm nicht mehr da draußen, bitte. Mein Gott. Nein. Ich komm nicht mehr da draußen. So. Nein, nicht schlafen, Link. Nicht schlafen, Link. Nein. Nein. Ich krieg die Tür nicht auf. Soll ich dir helfen? Ja, komm, mach sie. Jetzt. Jetzt legt es nicht mehr. Ich mach mal, ist das echt komisch. Wo bist du? Ach, bist schon draußen. Ja. Ja, da wo du bist, bin ich auch. Hat der einen Bart? Der hat einen Bart, ja. Sieht eher aus, als ob mir... Als ob dir eben das Smiley-Gesicht zu breit geworden wäre. Okay. Ja, Leute, bevor der ganze Surfer bei mir zusammenlegt, ähm, beenden wir die Folge. Dann bis zum nächsten Mal. Bye. Haut's rein. Tschüss.